So, jetzt ist es soweit. Guten Morgen. Das Orchester hat eingestimmt und der Konzertmeister hier neben mir, der Götz, er hat von der Oboe den Ton übernommen und gibt ihn an das ganze Orchester weiter. So sind die in einer guten Stimmung und ihr hoffentlich auch für ein tolles Werk. Aber bevor dieses Orchester anfangen kann, brauchen wir einen Dirigenten. Und der kommt heute Morgen aus Wien, Christian Arming. Herzlich willkommen. Bela Bartok steht auf dem Programm. Der berühmteste oder einer der berühmtesten ungarischen Komponisten. 1945, gerade am Kriegsende, ist er gestorben. Und er war ein Musiker, der eine raue Klangsprache entwickelt hat. Und vor allem wahnwitzige Rhythmen und Rhythmenwechsel. Also dieser Bela Bartok, er hat auch viele Folklore und Volksmusik gesammelt. Das alles fließt in seine Musik ein. Und dann hat er dieses Ballett geschrieben. Beziehungsweise es gibt auch eine Konzertfassung davon, die wir heute Morgen spielen werden. Der wunderbare Mandarin. 1926 in Köln uraufgeführt und direkt nach der Uraufführung verboten worden. Keine Aufführung mehr. Was muss ein Werk haben, das es verboten wird? Es gibt nur eine Antwort. Sex and Crime. Und davon sollten die Menschen damals nicht verdorben werden. Und ihr natürlich auch nicht. Aber ihr erlebt es trotzdem heute Morgen. Sex and Crime. Der wunderbare Mandarin. Das hat nichts mit Mandarine zu tun. Mandarin, das ist in China ein Ehrenamtsträger, ein hoher Ehrenamtsträger. Und was hier passiert, das werdet ihr gleich sehen. Kino im Kopf heute Morgen. Und zwar beginnt das Ganze, stellt euch vor, eine düstere Absteige in einer Großstadt. Wie ich da drauf komme? Großstadt. Davon erzählt die Musik. Es gibt Straßenlärm von draußen zu Beginn. Wir hören ratternde Räder auf Kopfsteinpflaster. Wir hören Gewimmel, Getümmel, Schreie. Wir hören auch schon Autohupen in dieser frühen Zeit. Und dann hebt sich der Vorhang. All das in der Musik am Anfang. Straßenlärm. Wir hören auch schon. Wir hören auch schon. Wir hören auch schon. Ihr habt gemerkt, jetzt hat sich der Blick geändert, der Fokus. Und dieser Fokus fällt jetzt auf diese düstere Absteige. Wieso ist die düster, dunkel? Auch davon erzählt die Musik. Und zwar gibt es ein Tremolo in den dunklen Streichern. Tremolo, das ist so Zittern auf den Seiten. Vielleicht kann der Cellist mal ganz kurz zeigen, was ein Tremolo ist. Dadurch wird Spannung erzeugt. Und die Pauke legt unten drunter einen Triller. Und dann haben wir diese düstere Stimmung in der Absteige, in der vier Gestalten rumlungern. Das ist die Stimmung. Und ich habe gesagt, vier Gestalten. Und zum einen eine Frau, sie heißt Mimi. Und zum anderen drei ganz dunkle Gestalten. Drei Schurken, drei Verbrecher, drei Ganoven, wie ihr möchtet. Und der eine steht gerade da und kramt in seinen Taschen und macht fragende Gesten. Kein Geld, kein Geld. Und den seht ihr hier in den Bratschen, in der Bratschengruppe. Der erste Verbrecher. Er resigniert. Kein Geld. Der zweite Verbrecher, den sehen wir hier in den Violinen. Der kramt gerade in der Tischschublade, ganz aufgeregt. Und sucht, sucht. Auch er sucht nach Geld. Aber er findet auch kein Geld. Auch resigniert. Und dann haben wir noch den dritten. Der dritte ist ein schwerer, fetter Sack. Der sitzt auf dem Bett und er ist eigentlich der Anführer. Er steht gerade auf, die Musik bewegt sich nach oben. Und was brauchen wir für einen fetten Sack? Die Posaunen und die Tuba. Könnt ihr mal aufstehen? Gerade Posaunen, Tuba. Ah, okay. Ja, genau. Das ist der dritte Schurke. Der steht auf, die Melodie bewegt sich nach oben. Und er sagt zu Mimi, du musst uns Geld beschaffen. Du gehst jetzt ans Fenster und lockst Männer herein. Und das machst du, wenn ich dir sage, ist das alles klar. Der dritte Schurke. Ja, und nach sowas muss Mimi natürlich gehorchen. Sie geht widerwillig zum Fenster und etwas zögerlich. Sie hat Angst, es ist eine zarte Frau, aber sie wird unterdrückt von den drei. Schauen wir mal noch auf Mimi. Schauen wir mal noch auf Mimi. Und die dunkle Atmosphäre. Mimi, ihr merkt, das ist ein Schicksal, was hier hinter diesen Tönen steckt. Und das ist auch ein Schicksal einer Frau. Einer, die zur Prostitution gezwungen wird. Jetzt kennt ihr alle vier Handelnden. Und jetzt hört euch mal nochmal den Anfang an im Zusammenhang. Mit dem Tutti nennt man das, wenn alle zusammenspielen. Also zuerst der Straßenlärm, der Vorhang geht auf. Wir sehen in den düsteren Raum. Erster, zweiter, dritter Verbrecher und Mimi, die zum Fenster geht. Und jetzt hört euch mal das, wenn alle zusammenspielen. Musik Der Vorhang geht auf. Die düstere Absteige. Der erste Verbrecher. Musik Und der zweite. Musik Und der dritte. In den Posaunen. Musik Und Mimi. Musik Wie lockt man im Orient eine Schlange aus einem Gefäß? Richtig. Mit einem Blasinstrument. Und eines der ganz verführerischen Blasinstrumente ist eine Klarinette. Und die Klarinette ist genau das, was jetzt eingesetzt wird, wenn Mimi am Fenster steht, sich ein wenig räkelt und den Männern draußen zuwinkt. Hallo. Sie ruft auch manchmal. Das wird er auch hören in der Musik. Und diese Klarinette ist sehr verführerisch, sehr sanft, sehr zärtlich. Und immer die kommt, wenn sie die Männer jetzt hereinlocken möchte. Sie ist noch etwas verhalten, aber dann plötzlich kommt ein Mann und er kommt auch direkt die Treppe hoch. Amen. Amen. Und plötzlich steht da ein alter Sack mitten im Raum, ja, und der macht höflich Gisten. Er hat eine verwelkte Blume im Knopfloch, zerschlissene Kleider, der Anzug zu lang, aber er kommt sich noch vor wie ein Gentleman. Aber er ist einer von über vorgestern. Und der alte Sack, er möchte natürlich Liebe haben. Und er macht Mimi den Hof. Und die Posaunen stecken den Dämpfer in ihr Instrument und stellen diesen Alten dar. Grotesk, aufdringlich, lächerlich. Grotesk, aufdringlich, lächerlich. Dam, dam, dam. Mimmi hat ihn gerade gefragt, hast du Geld? Bartok hat das toll gemacht, ja. Hast du, Pause, Geld? Aber er antwortet, Geld. Kein Geld, nein, die Liebe. Die Liebe zählt. Ich gebe dir Liebe. Und er fängt an, rumzusülzen. Und was er da sülzt, das hört er im Englischhorn. Das ist so ein bisschen größer als die Oboe und einen bisschen sülzigeren Klang. Und damit sülzt er, dieser Mimmi, seine Liebessachen ins Ohr. Hört nur mal das Englischhorn alleine. Ja, und wenn jetzt die Streicher unten drunter noch Pizzicator spielen, dann ist das so eine subversive, so eine unterschwellige Aufdringlichkeit. Und er wird immer aufdringlicher. Und er wird schmierig. Und er streichelt ihr mit seinen dreckigen Händen über die Wange. Und Mimmi geht zurück. Sie zieht sich zurück. Aber er wird immer aufdringlicher. Er kommt auf sie zu. Jetzt kommt er immer näher. Ich glaube, er hat auch eine Alkoholfahne. Ach, jetzt klagt er ihm noch ein bisschen was vor. Ach. Jetzt reicht's aber den drei Ganoven, die sich übrigens versteckt haben. Der eine unter Bett, der andere im Schrank, der dritte hinterm Vorhang. Die springen hervor, da, 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 da. Immer wenn dieses Motiv kommt, sind das diese Ganoven. Das sind Triolen. Da, 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 da. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, ja? Das ist das Ganovenmotiv. Und wenn die kommen, die packen jetzt den Alten am Kragen. Die wollen ja Geld. Die wollen nicht so einen alten, süßigen Sack darum. Packen ihn am Kragen, werfen ihn die Treppe runter und der Zylinder hoppelt noch nach. Ja, Mimi muss noch mal ran. Ja? Geld muss in die Kasse. Sie stellt sich also wieder ans Fenster. Die Klarinette kommt dazu. Natürlich. Sie lockt wieder, aber sie hat schon ein wenig Erfahrung jetzt, wie sie das macht. Und sie lockt und lockt und regelt sich wieder. Das Ganze verdichtet sich ein bisschen. Und dann plötzlich sieht alles anders aus. Das Ganze verdichtet sich ein bisschen. Musik 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 Sie hat einen neuen Fisch an der Angel hängen. Er steht auch im Zimmer, aber es ist eine ganz andere Erscheinung. Blond, hübsch, groß, schüchtern, jung, verliebt. Und er schaut sie an mit großen Augen und sie schaut zurück. Es ist eine ganz andere Situation. Sie geht sofort auf ihn zu, auf diesen Jüngling, umarmt ihn, schaut schnell in den Taschen nach, ob auch er Geld hat. Er hat aber auch kein Geld. Das ist ihr egal. Und es entsteht eine erotische Atmosphäre. Eine himmlisch-erotische Atmosphäre. Und da haben wir ein Instrument, das genau dies ausbreitet, nämlich dort hinten, die Harfe. Musik 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 Und über diesen schwebenden Hafenklängen fangen die beiden an zu tanzen. Er im Fagott, sie in der Flöte, zunächst mal noch auseinander, aber sie kommen sich näher und näher und kommen in einen wunderbaren, schönen Tanz hinein. Musik 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 Sieh, die Flöte. Es wird leidenschaftlich. Sie tanzen zusammen und es wird immer leidenschaftlicher, aber das wollen die drei natürlich auch nicht in ihrem Versteck. Sie wollen Geld und kein Liebesroman, der sich hier entfaltet, vor ihren Augen auch noch. Nein, Geld muss bei. Ihr habt es eben schon gehört. Sie springen wieder heraus, greifen den Jüngling auch am Kragen und werfen auch ihn die Treppe hinunter. Die Treppe hinunter. Die Treppe hinunter. Tremolo in den Streichern. Sie steht wieder am Fenster. Sie steht wieder am Fenster. Und sie lockt wieder. Und jetzt wird alles anders. Jetzt kommt plötzlich jemand die Treppe hoch. Der steht dann da und steht da wie ein großes Monument. Der Mandarin. Mit seinen Fischaugen und in seiner Statur, die einem Angst macht. Die Treppe hinunter. Musik Musik Da steht er, mitten im Raum. Schwarzer Zopf, breites Gesicht, gelber Mantel, Diamanten, Brillanten, alles da. Und dann das Mandarin-Thema. Musik 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 Ein Monument. Musik 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 Sie denkt dran, sie muss verführen. Was macht sie? Sie tanzt. Er bleibt stehen. Ihr Verlockungsmotiv, wie am Anfang, sie umgarnt ihn. Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt ist sie auf seinem Schoß gelandet und es passiert, was passieren muss. Plötzlich erwacht er aus seiner Starre. Aber das bedeutet nichts Gutes. Denn jetzt will er sie haben. Er will sie ganz haben. Und er fängt an, auf sie zuzugehen und ihr näher zu kommen und sehr nahe zu kommen. Und Mimi bekommt Angst. Zurecht. Denn hier bahnt sich was Schlimmes an. Er greift sie an. Er drückt sie an sich. Und er möchte sie ganz haben, wie gesagt. Und erste und zweite Posaune, die drücken jetzt diesen Kampf zwischen den beiden aus. Und jetzt ist sie ein Schoß. Und jetzt sind alle animalischen Bewusstseinskräfte im Tiefen in ihm erwacht. Hier, der Mandarin, er will sie haben. Und eine wilde Jagd beginnt durch dieses Zimmer. Sie flieht, er hinter ihr her, über den Teppich, über den Tisch, über das Bett. Eine wilde Jagd, die dargestellt wird in Cello und Bratschen mit einem kantigen, zackigen, fliehenden Thema. Und wenn jetzt noch das dazukommt, was das Tutti macht, nämlich die Kriegstrommeln. Barbarische Kriegstrommeln, will ich fast sagen. Dann heißt das, das ist ein unerbittlicher Puls, der genau das zum Ausdruck bringt, was ein Puls tut, nämlich er schlägt. Heftig und immer heftiger. Und die beiden jagen sich auf unglaubliche Art und Weise und jagen sich auf einen Höhepunkt in diesem Stück und des Schicksals des Mandarins und Mimis sowieso entgegen. Eine Jagdszene, wie Bartok sie geschrieben hat, an dieser Stelle, die einem eiskalt über den Rücken läuft. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Er hat sie. In diesem Moment hat er sie und in diesem Moment ist die Konzertfassung zu Ende. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber die Geschichte geht weiter. Die drei Ganoven merken, jetzt ist die ganze Geschichte auf dem Höhepunkt, auf dem Siedepunkt, jetzt müssen wir eingreifen. Sie springen zu und greifen ihn, werfen ihn aufs Bett und ersticken ihn. So lange, bis er keinen Ton mehr von sich gibt. Und plötzlich hebt der Mandarinen den Kopf, startet sie an, springt auf und ist wieder da. Sie nehmen ein Messer, ein rostiges, blutiges Messer, rammen es ihm von vorne bis hinten hindurch. Er liegt da, steht auf, springt auf, läuft ihr wieder nach. Sie, die Verbrecher stehen da völlig angewurzelt, der will nicht sterben. Sie holen eine Pistole, jagen ihm eine Kugel durch den Kopf. Er fällt um, steht auf, geht ihn wieder nach. Dann denken sie, jetzt muss die Schlusslösung her. Sie hängen ihn an der Lampe auf, die Lampe geht auf, er fängt an zu glühen. Und in diesem Moment nimmt Mimi ihn herab, nimmt ihn in ihre Arme, seine Wunden fangen an zu bluten, er stirbt und es erlöst. Das ganze Stück erzählt also von Gewalt, von Zwängen und von der letztendlichen Erlösung durch die Liebe. Ihr werdet jetzt diese ganze Geschichte von vorne bis hinten im Gesamtablauf hören und noch einmal Kino im Kopf diese Story ununterbrochen von mir erleben können. Der wunderbare Mandarin von Bela Bartok mit der Deutschen Radiophilharmonie unter Christian Arming. Bela Bartok mit der Deutschen Radiophilharmonie unter Christian Arming Bela Bartok mit der Deutschen Radiophilharmonie unter Christian Arming. Bela Bartok mit der Deutschen Radiophilharmonie unter Christian Arming. Bela Bartok mit der Deutschen Radiophilharmonie unter Christian Arming. Bela Bartok mit der Deutschen Radiophilharmonie unter Christian Arming. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020